Nee, noch nicht. Ähm, ich kann ja jetzt von dem, was ich jetzt gerade, ähm, gepflanzt hab. Oh, da krieg ich gleich wieder Sapling. Aber wo ist denn hier das Holz, bitteschön? Ach, da. Kann ich ja gleich mal was abholzen. Abholzen für die Zukunft. Ja, das ist irgendwie falsch. Meinst du? Okay. So, dann geh ich mal wieder hier. Aber so viel mehr kriegt man aus den Eichenbäumen dann doch auch nicht raus. Es geht. Kommt drauf an, wie die wachsen. Ein oder zwei Stämme mehr? Na, es kommt immer drauf an, wie die halt wachsen. So. Es geht auch recht schnell und zügig jetzt hier gerade. Also bei diesem Projekt mach ich das jetzt mal schnell und zügig, damit wir ja auch... ...bald mal in eine neue Ära kommen. So viel zum Thema Entschleun... Ey, die zwei Steine sind weg. So viel zum Thema Entschleunigung. Ja, ich mach's jetzt gerade ein bisschen schneller. Aber ihr seht ja, was das auch für ein Mammutprojekt ist. Weißt du, wie geil das jetzt gewesen wäre, wenn auf einmal Mammut da wäre? Was? Ihr habt mich gerufen? Hier bin ich. Oh Gott. Ich würde mich so erschrecken, wenn ich mir in die Hose fahren würde. Nein, wenn wir... Nein, wenn wir das so eingestiehlt hätten vorher. So weit ist es ja... Wenn wir das so eingestiehlt hätten, meine ich. Ja. Was? Stell mir das gerade so bildlich vor, weißt du, wir reden hier so... ...und in allen nichts Böses und drehen... Ach so, meinst du, ja, okay. Und dann auf einmal so... Ja. Hast du dir ab mich gerufen? Also wirklich jetzt um Scheiß, was ist das... Ich... Ich würde hier so schreien, so habt ihr mich noch nie in meinen Kopf schreien gehört. Doch, wir haben dich schon mal schreien gehört. Ja, aber nicht so. Nicht so. Alter. What the fuck was? Bist du das? Ja. Gott, das... Ich hasse auf einmal wieder Sound. Ja. Du wolltest es provozieren, oder? Dass ich mir hier einfach nicht in die Hose mache. Nein. Ich habe nur den Stamm freigelegt. Mhm. Da fällt mir gerade was ein, Baby. Was denn? Wir sind da so... Wir sind da so doof, ne? Wieso? Ich nicht. Nein, überleg doch mal. Ah, Mann. Wir könnten die Eichhensetzlinge nehmen, dahin pflanzen, wo wir sie brauchen, wachsen lassen und dann nur die Blätter wegschneiden. Äh... Ja, das fällt dir jetzt ein. Ja. Das fiel mir jetzt einfach mal so spontan ein. Wir mögen es gerne kompliziert. Das fiel mir jetzt so spontan ein. Das wäre jetzt einfach. Na, ist auch egal. Müssen wir nicht machen. Wir bauen lieber dann so weiter. Aber eigentlich schon, ja. Eigentlich schon. Irgendwo hast du da jetzt recht. Weil das sind ja nacktische Baumstämme und... Ja. Ich versuche das einfach mal testhalber mit zwei Saplings. Ich... Solange bauen wir es noch ab. Das fiel mir jetzt einfach mal so spontan ein, weil ich die Schere rausgeholt habe und bei den Schafen kurz Wolle geholt hatte. Apropos Schafe. Hm, vermehren wir die doch mal wieder da unten. Oh Gott, die armen Viecher, ey. Gönnen denen auch mal ne Pause. Poppt. Los, poppt. Poppen für die Zukunft. Nee. Nee. Oh, das sind arme Viecher. Die Kühe. Scheiß auf die Schafe, aber die Kühe. Wieso? Wuhuhu. Wenn du das... Das ist so eingefährlich. Nein. So. Doch, hast du. So. Nein. So, guck mal her. Hier schaffe ich... Nein. Nein. Ich muss den Schaf töten. Das ist ausgebüxt. Wegen mir. Ich sehe schon die Tierschutzorganisationen sämtlicher Art und Weise hier an unsere Tür klopfen, weil du hier die Tiere so... Eingfährlich. Moment, Moment. Wer tötet sie? Wer tötet sie dauerhaft? Das bist du. Aber guck mal, der hat einen Hut. Ich muss ihn töten. Nimm ihn den Hut doch einfach runter vom Kopf. Das ist aber in dem Fall nur Erlösung von deiner Quark. Ich habe einen Wasserfall auf dem Kopf. Oh. Wieso? Ich habe gerade einen Wasserfallhut. Also ein Witzschild, wie gesagt? Nee, Wasserfall. Also, ach, ein richtiger Wasserfall? Wie sieht das denn aus? Ja, ich weiß jetzt nicht, wo der ist, aber den werden wir nochmal irgendwann zeigen. Ich habe jetzt keine Lust, den durchzusuchen. Das ist richtig, das ist richtig. Ich meine hier auch nicht. So, wie viel Holz habe ich denn jetzt? Äh, 64 und 45. Ach, mach das so anstrengend. Aber du wolltest das ja mal probieren, mit dem Baum da reinpflanzen. Da bin ich ja mal gespannt. Bin ich auch gespannt, ob das was bringt und ob der wächst überhaupt. Aber ich bin da ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt. Es wäre natürlich eine Erleichterung und eine Idee. Wenn du das auch probieren möchtest, ich habe jetzt 26 Eichenzepplings. Ja. Ich habe jetzt schon mal ein paar gepflanzt. Ich probiere es jetzt erstmal mit den Zweien da. Dann schaue ich mal weiter. Wenn das klappt, wie gesagt, dann nehme ich die. Ob die wachsen, weißt du, wenn die so eingefälscht sind? Ja, eben. Von rechts und links noch Mauern dazwischen und so. Äh, ich weiß nicht. Bin da skeptisch. So, Fleisch. Wo hat die gute Fleisch... Wasser? Ne, äh, Eisen, Fisch... Fleisch. So. Früchte. Da zählt ein Apfel zu. Ja, irgendwie schon, ne? Irgendwie schon. Leder hat das da... Da. Hätte ich doch direkt mit reinpacken können. Äh, nicht rausfliegen. Siehst du, das wollte ich auch nochmal machen. Aber du bist ja wirklich schon richtig gut, ne? Also... Ähm... Ähm... Ganz... Irgendwo... Äh... Oben war das. In einer Kiste oben. Gucke mal bei den Bäumen und... Da so halt, ne? Hast du gefunden? Mh, mh. Noch nicht. Hm. Ja, dann muss ich jetzt extra hier... Ich such schon. Ich hab das noch nicht... Ich hab das noch nicht beschriftigt, weil ich das erst reingemacht habe. Ach da. Setzlinge hattest du da drunter, ne? Nein. Äh... Hm. Setzlinge. Die hab ich aber beschriftet. Setzlinge. Okay. Kommst du klar? Ne. Das ist das Problem, weil ich das nicht ansortiert hab. Du bist die Herrin übers Lager. Übers Kontor. Blut. Bambus. Zäune. Eiche, Eiche. Äh! Was machst du? Ich suche diese blöde Setzlingkiste. Ich hatte die doch vorhin. Setzlinge. Ganz hinten. In der Rhein. Gar... Wo bist du denn? Ganz vorne, wenn du reinkommst. Ähm. Ja, Palusa. Ja. Hier vorne. Wo sind sie? Da. Setzlinge. Hier. Gleich, wenn du reinkommst. Oh, da unten. Ich muss das selber einsortieren. Ne. Bald mach ich mir wieder ein eigenes Lager, wo alles durcheinander ist, so. Aber man könnte mal testen, ob das geht, wenn man die mit Knochenmehl, ähm, besprenkelt, die Bäume. Ja, da haben wir, glaub ich, einiges noch. Das können wir ja nochmal testen. Kannst du gleich mal mitnehmen? Das ist nämlich... Zumindest haben wir jede Menge Knochen. Gar nicht, weil ich wollte doch hier... Das wäre so lustig, wenn das funktionieren würde. Ja, dann fiel mir grad einfach mal so ein. Das hätten wir viel früher machen sollen. Aber, naja. Wir sind ja jetzt eh fast durch mit dem Bogenbau. Mit dem Mauerbau. Wir haben schon... Ja, aber so wenn es funktioniert, dann kannst du dir auf jeden Fall noch sehr viel ersparen. Also ich hab jetzt hier überall... Wenn du dir die Karte mal anguckst, haben wir schon ungefähr 50 Prozent... Ja, sagen wir mal 75 Prozent. Also so viel, wie ich jetzt, ähm, gefunden hab, hab ich jetzt dahin geballert in deine... In deine Lücken. Also, wie ich jetzt hatte, ist der Fingst. Ja? Achso, ja. Ich dachte gerade, hell, welche Lücken meinst du jetzt? Aha, wieder nicht gehört? Doch, ich wollte den töten, weil der einen schönen Mond auf hat. Nee, der wächst nicht. Ich hab jetzt schon 20 da drauf gehauen oder so. Haben wir noch mehr? Ja, komm, hier. Wir haben so viel Knochenmehl. Ich nimm jetzt mal einfach ein bisschen mit. Hast du mir das gerade vor der Nase weggeklaut? Kann sein, ja. Wo bist du? Ich hab nämlich gerade gedacht, das ist ein Bug. Ich greife in die Kiste, wir zure Schnappen weg, was? Höh, was? Ich hab mit einer Schere gerade den Baum abgebaut? Das Holz? Äh, was? Ja? Ich hab gerade das Holz abgebaut mit der Schere. WTF? WTF? Ja! Das war bestimmt ein Bug. Wirst du denn? Draußen, vor der Tür. Da, wo unser Weg ist, an der Schmiede. Ich hab gerade an dir vorbeigeflogen. Und wieso baust du Holz ab? Ich hab kein Holz abgebaut. Ich wollte kein Holz abbauen. Ich hab einfach die Blätter abgebaut, weil ich gerade hier die Bäume bepowert hab. Wo denn? Ich seh dich immer. Ich bin jetzt vor der Schmiede. Ich hab wieder das Holz abgebaut. WTF? Das ist ein Bug. Von wo denn vor allen Dingen baust du denn das Holz ab? Na, von dem Baum. Von welchem denn? Wo bist du denn? An der Schmiede hier. Ich bin hier. Ich bin hier um die Schmiede. Hier, hallo. Ich seh dich nicht. Hallo. Ja, was denn hallo? Ich seh dich nicht. Ich bin jetzt genau vor dem Eingang. Ich wandel mich mal um. Hier, das ist nicht so blöd. Ich seh dich nicht. Ah, okay. Na. 20. Ich bin jetzt hier dreimal um die Schmiede rumgeflogen und hab dich nie gesehen. Ja, ja. Würde ich aufnehmen können, dass die Zuschauer bezeugen. Bezeugen? Was? Oh, Spinner mit dem Hut. Hallo, Spinner. Ich wette mit euch in der Aufnahme, sehe ich dann, wie Marc mich immer sieht, wie ich um die Schmiede fliege. Hallo. Okay, die zwischen den Mauern wachsen nicht. Aber wir könnten das jetzt in weiser Voraussicht so hinsetzen. Ja. Brauchen wir nämlich nicht mehr allzu viel. Da musst du alle wieder wegmachen, die ich jetzt zwischen den Maulen gesetzt hab. Und das waren einige. Also ich hab bis jetzt zwei hier. Ja, ich verwandle mich mal wieder in eine Fledermaus. Schade, dass die da nicht wachsen. Aber. Ich wollte schon mal sagen, das wäre ja zu schön. Aber ich hab mich auch gerade gefragt, wie das funktionieren soll. Ja, die sind zu eng eingeflecht. Aber wir können jetzt das unter weiser Voraussicht planen. Und da brauchen wir nicht mehr so viel abbauen. So. Hallo, hier. Hallo. Hallo, hier. Was? Nein, ich bin jetzt auf der Schmiede. Über den Ofen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wo bist du denn jetzt? Da. Nein. Kommen Sie mal mit, junge Frau. Gucken Sie sich die Stadt mal an hier. Wir können das nämlich jetzt so machen, junge Frau. Passen Sie auf. Passen Sie auf. Ja? Wir müssen nur noch ein bisschen auffüllen später hier hoch, ne? Wir müssen also nicht mehr so viel füllen. Hm. Ach nee, warte. Müssen wir gar nicht. Warte mal. Wie viel habe ich hochgebaut jeweils? Uno. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Hiervon ausgehend. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Hm. Wir müssen nur noch zwei drauf. Ich platziere mal eben hier Erde. Sieben, acht. Dann können wir nämlich hier so machen. Dann geht das ein bisschen runter, die Mauer, damit wir die wieder auf eine Höhe kriegen. Dann geht es wieder drei. Dann wieder eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Dann müssen wir nämlich nicht mehr so viel auffüllen. Dann geht die Mauer zwar hier so ein bisschen runter. Ah, wobei, hier muss die noch ein bisschen höher. Nee, das machen wir dann danach. Weil da kommt noch ein Turm hin. Weil das ja der Eingang ist, mehr oder weniger. Nee, ist es ja nicht. Nee, können wir ja wohl machen. Okay, dann habe ich das auch falsch geplant oder blöd geplant. Hm. Ja, fällt einem immer erst hinterher auf. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass hier der erste Eingang ist. Aber der Eingang ist ja schon mitten in der Burg. Der erste Eingang ist ja im Prinzip schon unten. Das heißt, wenn du da ein Zeppling falsch schnittst, mach doch nicht dein Neuzeit das Holz ab und du hast das Holz. Ja, ja. So, drei. Kommt nämlich hier ein Zeppling jetzt hin. Den Rest mache ich dann später. So, ich bringe dir auch gleich welche. Fünfe fehlen mir noch. Fünfe? So, die ich gesetzt hatte. Okay, die können hier stehen bleiben. Vielleicht kriegst du da ja noch was. Eins, zwei, drei. Dann kommt da einer hin. Da kommt einer hin. Nee. Oh, leck. Oh ja, bei mir auch gerade. Da konnte ich mich nicht mehr bewegen. Jetzt gleich hört die Playlist auf. Wir haben es gleich geschafft, Baby. Wir haben gleich diese Marke erreicht. Die bestimmte Marke. Für unbestimmte Dinge. So, warte mal. Ich komme mal zu dir. Und gib dir mal die Fünfe. Ich habe keine Schere mehr. Ich muss mir mal eben neue craften. Ja, es wird auch wieder eine Riesenschere und Verbraucherei jetzt sein. Das ist mein Zahn übrigens wieder weg, ne? Also, das war mal kurz da. Hm. Komisch. Das war, weil du von Mammut geredet hast. Mach mir jetzt mal. Meinst du? Ja. So.